Wer ist eigentlich des Coolhead Squad? Der Coolhead Squad besteht aus 6 Männern und einer Dame, die versuchen mittelmäßigen Content für YouTube zu produzieren. Das sind nur Unterfühlen. Phil. Oh, der vertritt ist halt jetzt sehr viel Blut. Oh Gott. Chris. Keule. Audio, wenn es so laut ist, sagt er mir Bescheid. Die Name ist UVTV. Das wär's mir egal. Dorme. Kimbo. Und Rudolf. Unter der Woche unterhalten euch die Spaß mit sexuellen Singleplayer Let's Plays. Äh. Ein Löffel. Oh. Jetzt nicht dein Ernst. Wir nehmen jetzt aber von Scheiben. Ein Löffel. Hahaha. Und jeden Freitag kommt zusätzlich dazu noch feierte Multiplayer Let's Plays. Hahaha. Ohohohohoho. Und jeden Samstag battlen sich Chris und Phil noch dazu. oder lösen die Bestrafung des letzten Battles auf. Hier könnt ihr sogar mit der Kommentarfunktion entscheiden, was die jeweilige Bestrafung sein wird. Nein. Kann ich aber das nicht so weit. Okay. Äh. Ja. Die Musikuntermalung ist übrigens wieder. Nein. Hahaha. Okay. Fuck. 1-0. Hahaha. Voll dumm. Hahaha. Okay. Okay. Nein. Hahaha. Letztendlich sind es einfach nur die etwas anderen Gäner. Ja. 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 Ja.